die verreißt ja auch irgendwie glaube ich beim nächsten mal schafft ihr das da so jetzt lohnt sich der multi wieder hier zieht ihr bei jedem was anderes jeder hier fang ich wünschte ich könnte okay dann werf ich aufs dach ja dankeschön ich freue mich auf morgen und der andere freut sich auch ich glaube auch und ich glaube wälder ist morgen dabei ne ja ich guck mal rein okay aber nur ganz kurz da hinten wollt ihr hin ist das nicht ein plan quadrat ja anderthalb schaffen war dann springen wir kurz vorm bootcamp ab also wirklich kürzesten weg dann oder kürzeste weg ist ja immer wenn der flügel genau auf einer linie ist ja genau das ist kurz vorm bootcamp würde ich sagen das wäre jetzt ja jetzt ich kann mir unterm rocke ihr seid ja viel früher abgesprungen oh da sind aber viele in die richtung unterwegs ganz viele sind da rechts von euch das ist nicht schlimm mein chat kann mir unterm rocke kommen also da sind sehr viele leute die wollen da alle hin ja links ausweichen ja lass uns mal das mal nach links ausweichen das ruckelt ein bisschen ja auch und wie ich mich freue freue ja guten angeblich ja gut wenn du den ruckler auch hattest dann war das ja wahrscheinlich der server das schätze ich auch mal sind immer die server schätzchen wenn denn heißes mäuschen meins meins anderes haus nehmen ok meins ja gut wir finden hier schon was das haus war doof wie für ein anderes jutschen jetzt kannst du dir das doch nehmen also wenn hier mal sowas mit waffen liegen würden hier sind keine waffen und ich habe haufenweise zubehörteile schon aber kein rucksack und aber eine pfanne ok oder ist die machete besser ist gehüpfe gesprungen oder ist gehüpfe gesprungen also ich kann euch mit erweiterten magazinen und alles versorgen oh ok ok wir müssen beim schlumpf wieder durchwischen so wie der klingt nehmen wir nehmen wir ne ist nur eine mutant aber ich habe ein dreier zielführend warst du hier schon drin hier liegen nur bolzen ja hier war schon jemand drin was denn damit hier komm mal her ich habe eine waffe gefunden oh das ist ein fairer ja das habe ich doch gerade gesagt du hörst mir ja wieder nicht zu oder zu viel man weiß es halt nicht jetzt könnte ich einen rucksack gebrauchen hier liegt einer in dem wo ich jetzt schien und ich glaube so ja gut nach mehr brauche ich mich ja hier nicht umgucken hier liegt noch ein erweitertes magazin das ist erstmal gar nichts ich nehme auch noch mit hier das sind wir hier noch auch das war für mich schon wo war einer? in dem haus hier? ja hier drin sagst du? ok gucken wir mal nach Helm Leute immer Helm tragen ah ja ja Leute immer Helm tragen genau ja auf dem Bau immer Helm tragen auch wenn ihr mit den Leuten hier unterwegs seid oh Mensch ich muss mich mal eben hier oh Mensch ich muss mich mal eben hier user was moved to your channel what wer ist da? hallo hallo achso achso hallo und dachte du guckst mal rein hier guckst du mal hier im Chat rein was spielt ihr? papschi papschi skill ist wenn luck zu gewundert wird danke Arne werde ich dran denken hallo oh dann will dann hast du ganz schön viel skill ne? ja das ist heftig schon oh wir haben ein Auto wir haben dieses schöne das ist wir sind gerettet wir haben ein Fahrzeug wir haben dieses schöne welches? ne diese dreiredige wo wir Menschen reinpassen ah da passen da passen zwei rein äh drei rein na ich glaube da passen mehr rein oder? war das nicht beim letzten mal schon dass wir das was ist denn was ist eine win 490 ne alte winchester das ist eine winchester ja die kannst du nur ohne Scope spielen aber wenn du mit der triffst wow wow war noch ein Schally dafür ok hier ist noch eine UMP falls jemand eine sucht äh die Muni nehme ich wohl ja achso ne die leuchte gerade also die leuchte also ich habe noch 5er und äh wie könnte ich abgeben? 5er? ne 5er ne 5er bräuchte ich nicht einzige was ich nicht brauche die winchester kann man nur ohne Scope spielen das ist ja immer auch ungünstig ja wobei ich habe keinen ne guckst du mal win im C Modus mal du hast noch gar keinen Helm das sieht aber ganz gebrauchbar aus der C Modus von der winchester ne muss ich sagen ahn ist nicht mehr ahnwesend ne ach nee ahn ist nach die ahnen gegangen bleib mal da drin bleib mal hier rein hier rein hier 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 Helme liegen immer mehr rum aber halt alles Stufe 1 auch ne besser als nichts wie sieht es mit der Map aus? sieht auch keinmal so schlecht aus wollen wir uns da mal in die Richtung Mitte bewegen wo ich gerade mal so markiert habe oder vielleicht nicht da weil das ist genaue Straße vielleicht so obwohl warum nicht ja doch eigentlich warum warum nicht oh ein zweifach ziehfernrohr liegt hier braucht ihr halt alles ich habe ja keine ja ich nehme sicherheitswahrer mit ne brauchst du noch 9mm hier liegt noch welche rum sonst stecke ich die rein da kann ich noch ein bisschen was von gebrauchen ich habe 145 Schuss ja ich bin jetzt nicht so viel aber auch nicht so wenig ich bin jetzt glaube ich gut bedient damit irgendwo habe ich hier ja hier rechts von oder nehme ich die M16 statt der Winchester mit irgendwo dann kann ich wenigstens den Pfeiffer Scope nehmen ich wollte gerade sagen mit Scope ja ich habe hier einen zweiten jawohl komm ich bin die wie oft hinten ich probiere die Winchester ich probiere die Winchester was da jetzt kommt ich tue hier nochmal die Sachen hin oh die Schlüsse kommen näher hier ja das ist im Paradise neben uns kann ich das noch ausgeben wie gesagt native guckst du auch mal ob du hier noch was brauchst ich brauche nur noch melee nur noch melee das wäre gut wo kann ich den Staffordstock nicht auf die Pistole setzen ne kann ich nicht shit auf die UMP kann ich sitzen aber das ist albern Dali von West-Nord-West ja das müsste eigentlich im Paradise so wollen wir mal hier mit dem ach ne das ist ja wie gesagt das ist nur ein 3-Mann-Fahrzeug ja müssen wir nach Paradise äh ne dran vorbei ja dran vorbei ja da wo die grüne Markierung mach das auf dem Weg würde ich sagen ja oder wo hast du markiert ne 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 ich habe deine Markierung jetzt an wie sie jetzt war da wäre lässt dich melden das wäre schon komisch ja einfach mal nicht erschießen lassen schon zack angesehen genau was eigentlich mit dem Native der sollte doch ablenken dann macht er doch der lenkt uns ab ne noch nicht hier liegt noch eine M4 ach jetzt werde ich aber langsam schwach hier ja Herr Doktor wir haben ja schon geklärt woran das liegt ne hier hier man muss hier doch nur vorhalten nicht höher zielen ne oder vorhalten reicht doch ne an dem da oben links waren wir schon an diesem hier waren wir noch nicht ja das ist richtig ja genau dann sollte ich vielleicht mal weiter laufen hier waren wir noch nicht drin wir versuchen versuchen zu looten wo nichts ist oh energy bank warum brauchst du Yuqi? ich möchte doch nur ein Zuhause 7,6,2 die sind hier noch rum was denn was denn was denn hast du es kaum gefunden oder was? aber ne K also doch wieder durchwischen. sabbat der immer dann? bei einer Kaja. ich habe langsam so viel Schuss hier. ich nehme doch eine andere knarre, wenn ich eine finde. ich habe jetzt einen 4-fach Scope. braucht jemanden Shadi für die AR? AR? M16 AK Barrel. ich habe ja noch keine. ich suche ja noch eine. ich habe ja jetzt noch die Winchester dabei. ich habe einen 4-fach Scope. liegt und das andere liegt auch hier vor. falls jemand noch eine andere waffe findet, sag mal Bescheid, dann pack ich die Winchester weg. native. hier ist noch ein holo-visier, falls jemand eins braucht. hände hoch und rausrücken. brauchst du den vielleicht auch noch? den Shadi habe ich. militärwerste Stufe 3. brauchst du dann den 4er? ich habe drauf einen 3er. ja dann nehmen wir den 4er. dann müssen wir genau da hin. wollen wir dann dahin weiter denken? wir denken weiter. das ist eine gute anpeilung. dann auf dahin. also falls da jemand eine andere knarre findet, nehme ich die gerne. aber sonst wahrscheinlich habe ich dann keine. du hast die Winnie noch? ja ich habe die Winnie noch. ich habe 162 Schuss für die 45er. ich hätte mal die Vektor einstecken. ich glaube die nimmt auch 45er. ja. da habe ich jetzt nicht. also ich gehe erst raus, wenn ich die 162 Schuss mit der Winchester verschossen habe. okay. viel spaß, bis morgen. nächster versuch gestarteter. ganz ehrlich, an dem komplex, da wird geschossen. da würde ich gerne ein bisschen linkslastiger vorbei. an welchem komplex? da wo die markierung von native ist. da soll man auch proben wir mal ein biblio auto. pc oder app? wie pc oder app? pc. achso. du meinst boywolf. oder? ja. wir spielen hier von handy app und stream das live. genau. das war doch so angesagt, oder? ja. deshalb sind wir auch nicht so gut, weil auf der app zu spielen ist schon schwierig. mit fingern und so. ja. ich habe viel zu dicke fingern. wo seid ihr denn alle? wie sie sich schützend vor mich stellen alle. unglaublich. ähm. okay. wie sieht das aus? ähh. ach, aldur. du hast so eine waffe. ja. auf sein. komm mal her. ja. kann man sich eigentlich gegenseitig ausmachen oder gelassen? ja. kann man. natürlich kann man das. man braucht dafür nur ein auto. ne. geht das auch mit knacken oder? ja natürlich. natürlich. ja kann man native fragen. komm. das war mein zweites spiel. ihr habt es gehofft. ihr müsst mir genau sagen wo der gegner ist. ich kill ihn dann. okay. hier ist noch eine qbz. ähh. z war zugriff. ne. das ist ja eine nakkampfwaffe. ah. die kannst du zur not auch erfahren können. ne. dann wichtig wir nie. okay. aber man muss alle waffen einmal ausprobieren. alle waffeln. ich hab Wunsch hier beiden. ich bin mit der qbz jetzt schon gestorben. ich kenn die waffe. ja. deswegen meine ich ja wegen der winnie. ruhig alle waffen mal ausprobieren. er scheint sie näher zu kennen die waffe. so. wir müssen eigentlich noch weiter in die mitte. falls wir in die mitte wollen. ist die frage ob wir durch das lager da unten gehen oder ob wir drum herum laufen. war auch ein sehr schöner satzkonstrukt. wir müssen eigentlich in die mitte wenn wir in die mitte wollen. das ist schön. das gefällt mir. ähm. in der mitte ist action. wollen wir erstmal außen warten oder was? ähm. wir können uns ja ein bisschen vorpirschen gleich. müssen wir auch. weil gleich gibt es neues gebiet. so lange können wir erstmal warten. aber ich behaupte meine markierung liegt nicht falsch die da ist. die lackierung liegt komplett falsch. die da ist. also hier so rauf irgendwie. wir folgen dem schlumpf über ihn. hauptsache wir sind blau. hier sind die türen auf jeden fall auf. aber ich wäre so ein bisschen deckung ja. aber hier liegt trotzdem bestimmt eine m16 drin übrig oder sowas. das könnte alles sein ja. das sproiwolf. native? bist du noch da? ja. also war das sproiwolf. ne was? eine pfanne. eine pfanne? von dem östlichen berg oder wie? da wo wir herkamen. gib mir koordinaten. äh. irgendwo nord-nordöstlich irgendwo. das müsste dann ja. ohne scope ist schwierig zu singen gerade. hopp. östlich. jetzt guck mal lieber in die richtung. jetzt komm weil die zoni kommt oder? ja. ja. die zoni kommt schnell. ja wir müssen noch weiter. los los los. ja dann lass uns abhauen. oh oh. ja. das ist alles rechts von uns. da sollten wir uns erstmal bisschen beeilen. ja. ich mag ja blauer. irgendwie gefällt mir die zone nicht. irgendwo rechts. irgendwann schießt der auf uns. glaube ich. trifft aber unheimlich schlecht. ja. oder meint uns nicht. oder beides. da war nicht schön auf. auch nicht so fast wie ich es gesehen habe. ja trotzdem. man kann mal durchlaufen hier. ja. ja. hier ist ordentlich was los. ja. schüsse in beide. in allen richtungen. ja. ein bisschen doof. nur aufpassen dass uns keiner von hinten holt. ja. ich guck auch gerade nach hinten. bist du vom süd-südost? ja. ja. aus 250. sind die oben auf dem berg oder sind die auf der anderen seite noch? ja. ja. also. schüsse kommen ja quasi von überall. ja. nein. ihr wart zu dem zeitpunkt noch nicht ganz oben auf eurem hügel da. ich gucke gerade noch nach hinten. ja. soll mal weiter vorrücken zur nächsten. ja. ich glaube das soll. ich werde beschossen. ja. ja. lass uns laufen. 235 würde ich sagen. 235? ne. hä? oder was hat er gesagt? das 100 oder 235? wo 100. okay. hinter dem stand kann ich mich jetzt nicht mehr beschießen. sag niemals nie. wird das in die spiele eigentlich? hinter uns. das ist hinter uns glaube ich. der ist tot. all nur bei dir? ja. alles klar. aber da kommt bestimmt noch mehr. und wir müssen los. aber die wand kommt auch. lass mal laufen. ja. und ich muss mich eigentlich heilen. aber. rechts von mir. gebt mir deckung. das kommt ja wirklich von überall. ja. das kommt von überall. ja. gebt mir deckung. ich muss irgendwann zum heilen. du musst noch ein paar meter weiter rein. ja. ich höre hier in meiner nähe schritt. ja. ich bin an dir vorbeigelaufen. ich komme mit zu dir, Aldo. ja. ja. ich steche mir erst mal ein. hund ein schmerzmetter. fünfe machen. fünf andere. hier müssen doch kleine leute gerankt kommen. wie das eben aus südosten geschossen hat. ja. da kommt einer. 100. bei 200. bei 200. da war einer. einer ist tot. da ist noch ein 3er team auf 355. an den 4er team. ich korrigiere. 355? ja. das ist das andere 4er team. ja. definitiv. irgendwann schießt du einen schalli auf mich. ja. bei 355. ein bisschen vor. ein bisschen vor. ein bisschen vor. muss mich halten. das ist das einzige team noch dann. mhm. können wir uns ein bisschen auseinander teilen? ja. ich bin ausgemacht. ja. jetzt holt mich die wand. lass mich liegen. warum? wo sind denn die da? bei den bäumen. aber ich fahr noch nicht mal richtig über dem hügel drüber. das lese ich gleich vor. moni. ok, ich bin tot. einer ausgenockt. sind wir jetzt alle tot? ne, aldo leb noch. ich lebe noch. schlumpf ihn noch. ach Mist. einen habe ich ausgenommen. zweiter. platz zwei. geht noch. ah Mist.